Und da sind wir wieder direkt mit Lenk wieder am Start. Der kleine Janvira präsentiert uns noch ein kleines Trick. Und ich werde den Trick jetzt unterbrechen, denn wir gehen jetzt mit Diddy weiter. Was mich natürlich jetzt noch vermuten lässt, ähm... Warum kommen wir erst hier hin? Anstatt, ähm, das eine Level standardmäßig, das uns seit für, glaube ich, hätte da auch wirklich erst hingehen müssen. Auch vor dem einen, was wir mit, ähm, mit unserem Freund gemacht haben. Lenky. Äh, das wird, das wird wehtun, das war viel zu tief. Okay, jetzt muss ich hoch. Obwohl, da komme ich mit der 5, ne? Und die war... Warte mal, ist das jetzt gespeichert worden da? Der ist drin, na gut. Könnte ich da eigentlich so machen, ne? Wenn wir das eh schon haben. Mit der 5 kommen wir hoch. Okay. Und die 5 war da hinten. Aber wir haben ja auch noch... ...Mittelteil, glaube ich, irgendwo... ...die eine Sache da mit, äh, mit Tiny. Wo ich da halt ein bisschen verkeckt hab. So. ...Macht nix. Alles gut. Ich bin jetzt hier runter. Okay. So, das können wir auch schon mal. Jetzt haben wir schon fix... Wie viel Bananen haben wir denn eigentlich? Das können wir doch hier nachschauen, ne? 129. Das ist noch nicht mal annähernd... ...Bananen, die wir brauchen. Und noch nicht mehr die Hälfte. Die haben wir noch nicht mehr hinbekommen. So, jetzt hier durch. Und dann können wir rein theoretisch eigentlich runtergehen, weil... ...sonst hält uns ja eigentlich nix auf hier. Aua. Was uns aufhält, sind halt die ganzen... ...Biene. Und wir würden uns ein bisschen nerven wollen. Tiny hat ihren... ...Part hier. Und zwar dahinten... ...da-da-da-da-da-da-da-da... Das ist nämlich der Teilchen ist auch hier. Kleine Werte, ich auch mein Freund, ja. Da haben wir es bekommen. Das heißt, wir gehen, gibt es auch schon mal fast... ...ne Banane. Okay, Münzen sind eingesammelt. Das ist das Label. Das ist ein Pilzkopf. Apropos, warte mal. Apropos, Pilzkopf. Die Frage ist... Jetpack. Hier gab es doch ein Jetpack gerade. Ah, hier hätten wir auch mit Lenkjog gehen können... ...und das irgendwie abschließen können. Dafür ist, glaube ich, auch gedacht, oder? Ja. Die, 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 die... So, da hinten war doch ein Jetpack. Weil ich sage, irgendwo diese Zwischenetage, wo dieser Mond doch ist. Aber ein... ...Spiel, so ein Minispiel... ...über... ...wieder von King K. Wall. Oder wie hoch müssen wir damit? Ich vermute mal stark, ja. Da hin. Okay. Muss wir eben kurz die Ebene suchen. Also. Hoffentlich. Ja. Dankeschön. So kommen wir ein bisschen, äh... ...einfacher dahin. Das ist natürlich ein Sarians Wasser stürzen, oder so. Nein. Nicht geil. Aber man kriegt sogar Leben abgezogen. Kann man hier nicht die Gitarre einsetzen? Kamikaze krim. Das ist so. 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 Ja, auf zu wum zu wum. Ich denke, ich warten. Ich denke, wir haben hier nur die Krone, oder? Ich denke, wir haben hier nur eine Banane. Hier kann man nur mit dem Jetpack hin. Und ich lande genau dahin. Seit wann kann der das denn? Okay. Das war 3 in der Mitte. Und dann war es, glaube ich, 4. Hier. Ja, wofür? Wo gingen jetzt die 4 hin? Ah! Hier hin. Da vorne haben wir die Gitarre. Du bist auch interessant, mein Freund. Ah! Zack! Was macht das nur hier? Das Zeichen müssen wir nochmal spielen. Kosten uns auf jeden Fall nix. Falsche Jahreszeit. Oh, drehen wir nochmal nix. Wo können wir damit hin? Da. Ne. Ich glaube da was im Mittelteil war noch was. Ich muss mir noch ein paar Bananchen einsammeln. Geh weg, ich will nicht mit der Kuscheln. Oder das nächste Mal. Hier kann man wechseln zu Tiny. Jetzt gehen wir nochmal fix da hoch. Wir sind sogar schon an der Hälfte. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Okay, wir können es auch so, glaube ich, auch schaffen. Dann kriegt der, glaube ich, hier 75 Bananen oder so. Kann man hier machen. Toll, die ist nichts. Das ist ein bisschen Betrug. Jetzt schaue ich mal hier in dem anderen. Kann man da was sehen? Da ist so ein Mondding, okay. Jetzt gehen wir mit Teilnehmer dahinten. Was haben wir noch? Was haben wir denn danach noch? Was haben wir denn danach noch? Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch einen Weg offen, wo wir noch durch können, ne? Jetzt haben wir jetzt mal den hier. Ach, einmal Abschnitt, Abschnitt. Alles durch. So. Jetzt spiel du mal hier ein bisschen. Saxophon, Saxophon. Yeah. Ah. Okay, wir müssen klein sein. Ja, du kannst mich nicht tragen. Aber dann kommen wir da hoch, okay. Aber ich würde sagen, bevor wir das sehen, was sie uns auf dem Trick vorführt, mache ich einen kurzen Cut hier. Und, äh, 10 Minuten sind okay, finde ich, weil wir hatten die beiden da vorhin schon über 15 Minuten gemacht. Und dann würde ich sagen, wir machen uns einen kurzen Cut hier und sehen uns gleich, was Tiny für eine Erfahrung in diesem komischen Baumstoff war. Bis gleich würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.